Er ist ehemalig geworden und kürz danach hat er auch noch für Familie einen Zubax gesorgt. Das ist ein Junge, was uns in Rüberstein auch hat, der die Kopfjunge für die Zukunft macht. Wenn man nur an seinen Neffen denkt, wie stark er ist. Von daher würde ich Alex und seiner Eingang alles katentliche Bude wünschen und geben ihm eine kleine Zeit zur Eheschließung von Zubax von Beno. Und Geburtstag hat er auch noch, 25. August. Bitte? Deswegen verschweigen die das. Also es läuft bei dem Alex. Hochzeit, Sohnemann, Geburtstag, 25. August. Heute haben wir ja den 28. schon. 22. Und Weltmeister im Hartbeck, im Brettchen. Tischtennis. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Herr même, vor allem in den Mittlangenern. 加油 Vielen Dank.